und damit schön dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt in diesem video geht es um das nothing phone 1 jetzt nach mittlerweile fast neun tagen wo kein video kam was tatsächlich für mich ziemlich ungewöhnlich ist kommt jetzt endlich wieder ein video und diesmal soll es um das nothing phone 1 gehen ein sehr sehr cooles smartphone wollen wir uns heute ein bisschen anschauen kurz zur geschichte von nothing noch ganz ganz kurz gehalten das ist die firma des ex mitbegründers von oneplus und das ist natürlich auch das ziel der firma wieder dahin zu kommen wo man das früher war viele die schon länger dabei sind wir uns kennen wie man das früher war kenne ich auch noch ein bisschen so einfach dieses sehr oft das was die fans wollen und nicht wie die anderen marken sind was wodurch oneplus auch erfolgreich geworden ist und das versucht man jetzt wieder ein bisschen zu machen und das finde ich ganz nice kurz das klären wir davor noch ich würde mich selber like und vor allem auch über ein abo von einem abo würde die mir sehr sehr großen gefallen tun jetzt geht es aber auch schon weiter mit dem eigentlichen video fangen wir mal mit dem nothing phone 1 an ich war von anfang an sehr gehypt auch schon als die ersten bildungen ist so gesehen habe und auch jetzt wo es draußen ist bin ich sehr 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 guter dinge weil ich auch wieder wie bei den nothing ist dieses design diese durchsichtige rückseite quasi das finde ich sehr sehr nice weil man einfach das sieht was man also natürlich das ist nicht die original komponenten weil die halt so ein bisschen ja weil einfach was drüber ist dieses weiße weil man will natürlich nicht alles sehen und verraten und so ein inneres handy sieht halt normal halt einfach scheiße aus deswegen kann man das jetzt so weiß gemacht und das finde ich zwar sehr sehr nice muss aber auch sagen dass man sich meiner meinung nach ein bisschen fast schon arg an apple orientiert hat natürlich nicht von der rückseite das mit dem licht und der offenen rückseite das hat natürlich nichts mit apple zu tun die zwei kameras aber oben und der viereckige rahmen das hat natürlich schon ein bisschen apple charakter wenn ich jetzt die durchsichtige seite durch eine beliebige farbe setzt habe ich dann iphone das ist einfach so finde ich jetzt nicht so schlimm weil man einfach diese eigene rückseite hat deswegen finde ich ganz okay aber sonst im allgemeinen naja lässt sich darüber streiten 6,55 zoll groß ist das ganze gerät mit einer hand schwer bedient war wahrscheinlich eher weniger aber es ist noch in ordnung ist es nicht dass so ein riesen smartphone es wiegt auch nur 193 gramm es ist okay von der gewichtigkeit her wir haben hier glas front glas rückseite und einen aluminium rahmen in diese mehreren leds auf der rückseite das zeigt der ganz klar der vorstand wenn man eine benachrichtigung bekommt so diese standard sachen halt finde ich tatsächlich ganz cool vor allem auch weil ich glaube das kann so ein bisschen mehr licht für die kamera geben und weiß ja was finde ich im allgemeinen eigentlich ganz nice ip3 50 haben wir das ist natürlich nicht sonderlich viel besser haben als nicht haben so sehe ich das zumindest über die jetzt nicht viel erwarten der schriftlich hier ist oled 1w farbraum unterstützt 120 katz hdr 10 plus 500 nits typisch 1200 in der spitze mit einer ppi von 402 das ist im insgesamt ein sehr sehr gutes display eigentlich sogar ja high end wäre hier falsch weil wir haben hier halt dementsprechend nur 402 ppi und noch ein bisschen mehr helligkeit so er wären für ein high end display natürlich wichtig aber im allgemeinen muss man tatsächlich sagen dass das ganze ein sehr sehr ordentliches display ist worüber man sich auf keinen fall beschweren kann und für die mittelklasse oder gehobene mittelklasse untere high endklasse was das hier ist es ist ein sehr sehr ordentliches display meiner meinung nach das ganze kommt mit android 12 und dem nothing betriebssystem und da kommt schon der erste ich nenne es mal haken nothing ist neu ja und deswegen haben sie mit software noch hier probleme wie jede andere neue firma das war bei schaumi früher auch nicht anders da waren die auch einfach noch sehr problematisch jetzt ist das nicht mehr so das heißt hier in dem fall sehr problematisch wir haben hier zwar quasi eigentlich pures android aber es fehlen halt so kleine gigs wie einhandmodus oder einfach so spielereien die halt einfach so eine software in gewisser weise ausmachen und manche hersteller halt auch einfach genau also ich zweimal auf dem ausschalte bei meinem show mit drückt hat dann ist die taschenlampe ausgangen das waren für mich mich ärgert heute noch so dass das bei meinem handy jetzt nicht so dass bei meinem pixel 6 das sind so halt so kleine gigs nenn ich das mal die halt empfehlen und das ist halt ja hier mangelt daran halt natürlich sehr weil man sich natürlich halt auch versucht hat auf andere sachen zu konzentrieren auch diese mittelprächtige gesichts entspannung hier natürlich dass ich kein 3ds ist ja klar aber auch die normale hier es soll nicht so sonderlich gut sein und das ist halt natürlich punkt den muss man an magern aber das natürlich alles zusammen ich komme einfach in den jahren und nicht von heute auf morgen das haben einfach neue oder junge hersteller hier probleme und ich muss sagen dafür dass die firma so kurz existiert auch wenn da natürlich viel background dahinter ist muss sagen es ist für das erste tatsächlich sehr ordentlich meiner meinung nach prozessor technisch hier hat man immer nach eine ganz klug entscheidung gemacht man hat geld gespart hat aber trotzdem einen ganz guten prozessor genommen in dem fall hier den qualcomm snapdragon 778 g plus welcher auf 5g besitzt hier im 6 mm verfahren einfach allgemein eigentlich ein octa core wie die neuen halt sind reicht komplett aus also ich sage es jedes mal wieder kein mensch brauchen snapdragon 8 gen 1 der ist zwar schön und gut aber den braucht kein mensch und für so mittelcharse smartphone hier mit 120 katz das befeuert der prozessor dreimal und alles andere wäre hier einfach komplett übertrieben hat der firmeninhaber also oder der gründer hier von das fängt auch schon recht gehabt und gesagt hat dass die einfach gut genug sind die mittelcharse prozessoren und dass die einfach komplett ausreichen version gibt es hier von 128 gb und 8 gb ram bis 256 und 12 gb ram finde ich völlig genügend auch die preisstaffelung da mit dem aufpreisen finde ich auch komplett in ordnung das ganze hier mit ufs 3.1 also auch noch recht schnellen standard wir haben hier zwei kameras einmal eine 50 mpx hauptkamera und einmal eine 50 mpx ultraweitwinkel kamera auf letztere freue ich mich sehr auf die normale kamera naja es ist die wird keine schlechten fotos machen bin ich mir sicher obwohl es da wahrscheinlich dann eher ein bisschen an der software fehlen wird aber auch auf die ultraweitwinkel freue ich mich sehr weil die hat einfach schon mal eine gewisse schärfe mitbringt was natürlich hier jetzt vor allem beim ultraweitwinkel bei vielen eine schwachstelle ist und das glaube ich dass man hier ganz gut ausgemacht hat ein video stehen hier mit 4k und 30 fps ganz normal vorne haben wir einen kleinen winzigen pancho links oben in der ecke 60 megapixel finde ich ganz gutes design auch mit diesen gleichmäßigen ränder kann ich mich nicht beschweren erinnert mich zwar noch mal ein ticken an iphone auch wenn die hier keine notch haben aber im allgemeinen finde ich es eigentlich ganz nice das aussehen kann mich da wirklich nicht beschweren vor allem weil das pancho ist sehr sehr schick kleines 3,5 mm klingenbogen sind wir hier natürlich nicht sonst ganz normal bluetooth wlan nfc alles so wie wir es kennen der fingerabdruck sensor sitzt unter dem display finde ich sehr sehr cool wir haben hier zwar auch diese gesichtseinsperrung die ist aber nicht so der hammer akkutechnisch wir haben hier 4500 mAh für die handygröße ganz normal eigentlich können wir mit 33 watt schnell laden das ist es nicht der hammer reicht aber auch für 50 prozent in 30 minuten finde ich somit auch in ordnung kabelloses laden haben wir auch mit 15 watt sage ich jetzt auch nichts dagegen und auch reverse wise charge mit 5 watt ist für die preiskategorie nicht ganz normal denn wir hier liegen hier beim startpreis von bitte zuhören 470 euro und das ist meiner meinung nach halt natürlich der größte pluspunkt das handy ist natürlich nicht für leute geeignet die die standard samsung nutzer die sich halt alle drei jahre neues handy kaufen und das halt gerade was hat in ihrem preisbereich von 300 euro liegt und das wird halt dann gekauft bei mediamarkt nein das finde ich ist hier der falsche anding das für leute die lieben mal was anderes die hätten auch kein problem denen ist die markt egal und die wollen halt einfach mal was anderes haben und sind hier auch mal ein bisschen die haben kein problem damit wenn es beim anfang hat man ein bisschen spinnt das handy und software probleme hat das ist denen leuten egal die dieses smartphone kaufen hätte ich noch keins würde ich mir vielleicht auch kaufen muss tatsächlich sagen weil es natürlich schon in gewisser weise ein nice smartphone ist es ist was anderes das wird nicht jeder haben ich habe tatsächlich meine umgebung noch niemand mit den nothing ears rumlaufen sehen und zumindest nicht offensichtlich und deswegen ist es halt einfach wirklich so eine sache das ist für leute die ne da wirklich mal was wert ist mal ein bisschen auf risiko zu gehen das nicht auch nicht falsch und ich finde auch ganz cool und freue mich jetzt schon auf die nächste generation und auch bin gespannt was man software seite ich dann noch rausholen kann ich hoffe das video hat euch gefallen ich würde mich sehr über ein like und wie gesagt auch über ein abo freuen damit würdet ihr mich sehr unterstützen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten video wieder bis dahin reingehen